Hallo liebe YouTuber, willkommen zurück zum dritten Part 225 Toggeräusche und wir laden unseren neuen Spielstand. Der ist 11.02. Es geht ab da, wo ich den letzten Stopp machte, gleich weiter nach der Wildhornjagd oder Blutdunst, Wolfhornjagd, wie auch immer. Laden läuft, das hört sich so an. Läuft, Bruder, laden läuft. Läuft. Wie geht's dir? Läuft, Bruder. Nein, sorry. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Kommentare? Ach, ich bin unschlagbar. Äh, ja. Ich bin unschlagbar. Wie ist denn das? Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Das war's für heute. 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 Und Hoheit? Ja? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Klar. Klar. Warum nicht? Das war's für heute. 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 Hammerhead. Hammerhead ist ne tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich. Ne gewisse Mechanikerin, ja. Ach. Daher weht der Wind. Kannst dir ja den Regalier ausleihen. Oh, echt? Aber ne. Wie sieht das denn aus? Was? Haha. Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst nen Wagen. Ja. Jetzt haben wir ausständig aus meinem Eis. Die Landschaft. Schon vorbei. Tut mir leid. Ich war ein Ei. Nein. Sidney hat gar nicht erwähnt. Was in dem Päckchen? Wahrscheinlich ist es geheim. Eben. Was ist da drin? Mensch. Geheimlich ist es nicht. Das regt die Fantasie an. Was, Jungs? Nord, hast du nicht was vergessen? Genau. Wir müssen Sidneys Päckchen abliefern. Wir haben nen Ruf zu verlieren, Herr Prinz. Nockt. Mir ist gerade aufgefallen. Wir sollten langsam zum Galt in Beifahren. Ist das Galt nicht genauso wie bei Kings Knight? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von fünf Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Okay, Leute. Weiß es geht. Dann direkt. Ja. Ja. Ihr seid... ... ... ... ... ...